Hallo, du bist jetzt live drauf. Servus. Servus, wer ist denn da? Ja, da ist der Hirsi aus Schladming. Hirsi aus Schladming, wie geht's dir? Ja, schlechter Leid geht's immer gut. Hirsi, du bist mir sympathisch. Was machst du um diese Uhrzeit, außer jetzt X-Games gucken? Ja, mit die Boys X-Games schauen. Sehr gut, was ist euer Fazit zu Nackelhack? Seid ihr einigermaßen befriedigt worden? Ja, ich weiß nicht. Nackelhack. Letztes Jahr war es schon ein bisschen geil aufgebaut. Ja, so sehen wir das auch. Landen wir ein bisschen kurz? Ja, tatsächlich. Fachmännische Analyse, gell? Fachmännische Analyse, die Landung war zu kurz, es lag an der Landung oder am Rucksack, man weiß es nicht. Hirsi, bist du denn bereit für eine Runde Superpipe jetzt? Das müsste man ja sagen. Wie müsste man was sagen? Was? Hirsi, lass mich nicht hängen. Hirsi. Komm, was sagst du? Entschuldigung. Kein Problem. Hirsi, du hast jetzt noch 30 Sekunden. Was hast du gerade gesagt? Love to the people, oder? Shredding, oder? Ja. Enjoy Shredding, Pau Pau, X-Games. Pau Pau, X-Games, enjoy Shredding. In diesem Sinne, Hirsi, wir wünschen dir noch viel Spaß, jetzt gleich beim Superpipe von den Damen. Und ich würde sagen, ich lege jetzt auf, ist das okay? Hirsi ist cool, man. Nice. Schönen Abend. Hallo David, tschau. Also, Crashcall ist mein Ding. Wie geil sind denn bitte unsere Zuschauer? Das ist mega. Wie geil sagst du denn bitte? Um 3 Uhr? Der Hirsi? Pau Pau. Jetzt gerne sprechen und live im Fernsehen sein. Jo. Wer ist denn da? Hirsi. 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 Hirsi, Mensch, wie geht's? Jetzt können wir mal mehr ins Detail gehen. Hirsi. Wie ist das Setup bei euch? Wie viele Leute seid ihr? Zwei Leute ganz Corona-konform. Da hat jemand aufgepasst, sehr gut. Baby-Elefanten-Abstand ist eingehalten. Sehr gut. Immer eine Skilänge-Abstand, habe ich mir sagen lassen. Mindestens. Hirsi, wie geht's euch? Habt ihr einen guten Abend? Mindestens. Mindestens. Aber schon Opfer-Ski. Absolut. Mindestens. Fast schon Skisprung-Ski. Also, wenn du richtig auf Nummer sicher gehen willst, dann nimmst du Skisprung-Ski als Abstandsregelung. Wie geht's dir denn Hirsi? Ja, geht gut. Geht gut. Super. Hirsi. Was sagst du der Performance von der Eileen Group? Hammer on Air, Boys. Ihr seid dermaßen on Air. Ja. Man kann euch jetzt sehen. Und hören. Also, man kann nicht hören. Sorry. Möchte ich nicht anlügen, Hirsi. So lange können wir uns noch nicht... Man kann dich hören. Und Flo Preuss hat gerade gefragt, was sagst du denn jetzt zu Eileen Gu? Ja. 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 Gut. War super gewesen. Wenn man ein neues Aussichtsbild, die Ladies sind Hammer drauf. Das... Das ist doch eine Expertenmeinung. Ich bin dafür Hirsi, wenn Corona vorbei ist, dann kommst du hier, dann bauen wir noch an. Du setzt dich hier... Du klingst wie ein echter Experte. Oh, das tut mir leid. Du musst nähern. Was hat sie da rein? Nee. Bin da oben oder irgendwo. Wir sind in Unterführing. Das ist kurz vor Aspen in Colorado. Ui, ja. Geil, oder? Direkt vor Ort. Absolut. Deswegen ist es umso geiler, dass du jetzt hier nach Colorado reintelefonierst, Hirsi, aus Flattming. Kurzes Statement noch. Guckst du dir denn jetzt auch gleich noch Superpipe der Männer an? Ja, Logo. Volles Programm. Wer ist dein Favorit? Wer ist dein Favorit? Wer ist dein Favorit bei den Männern in der Superpipe? Ja, Ken Murphy, Blank. Okay. David Wise. Rari. Rari. Auch nicht zum unterschätzen. Ja, da kennt sich jemand aus. Hör ich schon. Ich glaube, du hast genau die richtigen Namen gedroppt. Hirsi, du hast den Test bestanden. Jungs, viel Spaß noch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Meld dich doch morgen nochmal. Wollte grad sagen. Meld dich doch gerne morgen nochmal. Morgen bin ich vielleicht wieder ein R. Ja. Wenn du Glück hast, Freunde. Wenn wir Glück haben, bist du wieder ein R. Freuen wir uns. Hirsi, du stehst bei uns mit im Tischsprung jetzt. Hirsi. 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 Cheers, Freunde. Ich geb dir nachher noch die Rechnungsadresse, weil irgendwie, glaube ich, kommst du noch öfter vor die nächsten Tage. Freuen wir uns. Viel Spaß noch, Jungs. Ja, die Kinds muss gern Geld überweisen. Das ist überhaupt kein Problem. Machen wir. Da lassen wir uns erst noch ein Rätsel für dich einfallen. Eine Hot-Button-Runde. Wir hören uns morgen Hirsi. Viel Spaß mit den Männern. Ciao. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Hirsi. Also auf den Mannes Verlass, oder? I love Hirsi. Ich bin dieassim in Ge Tradition. Und dann würde sie versuchen mit drei consum chi Undel Jackie anladen. Vielen Dank.